Hi ihr Lieben, grüßt euch. Double Feature, Double Buch an meine Magiegeräte. Muss man auch mal machen, was altbewährt ist. 60 plus 10, 80. Vielleicht sehen wir ein paar Bücher und nebenbei zocke ich meine anderen Kisten weiter. Viel Spaß, Freunde. Ich habe hier einen schönen Alpha. Ich habe hier 160 Euro, 100 Multis hochgedrückt. Ich habe fleißig ausgezahlt, das muss wieder zurückpumpen. Das ist ein schönes Geld. Nebenbei geht hier natürlich wieder der Neon am Start. Beratengolf und mein Goldstar. Da habe ich ja letztes Mal 800, 900 Euro rausgeholt. Hab da das Video mit Sicherheit angeschaut und hab alle Freispiele gesehen. Ah, schade. Schade, schade. Allo, die drei Seite. Oh. broccoli match. Das ist wirklich ein bisschen ein bisschen Zerang. Ich habe mir dieermaßen ausgenommen. Hier läuft wieder fast alles, außer meinem TH5, den habe ich jetzt keinen Bock zu buchen Das ist der TH5-Kuchen, das muss man anstrengen, aber ansonsten läuft jetzt alles gerade Vollgas Ich werde berichten, dass sie gekommen ist aus Wäldern, Magic König und hier die Ausstellung Magic König Alpha Müffel Ausspielung Müffel 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 Ausspielung Wie immer zahlt er schlecht, der Balli, einem Euro ganz bitter Müffel Ausspielung Und hier die Ausspielung auch mehr Geil Müffel 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 Aaaaah Verpresst, Leute, ihr kennt das ja, diese Verpressungen Müffel Wieder Würfler, wir sind fünf Spiele schon drin. Richtig stressig. Sechs, neun. Würfel, Würfel, Würfel. Nochmal sechs, geil, das ist viel. Fünfzehn Spiele. Auf die Giga treffen. Die Giga getroffen. Ein Giga? Ich habe die Pressed, scheiße. Let's keep it jump on. Start it. Die Giga. Nie ein Feature. Nichts etwas. Schade. Schade. Oh, kleines Bildschirm. Schön. Sechziger. Ein Sechziger. Ein Sechziger. Oh, da sind wir drin. Okay. Ja, ich schaue da oben, haben Bücher. Da habe ich auch Ausspielung. Nehmen wir Geld. Da schauen wir hier Dinge an. Ich wünsche auch, was der Mähneprogramm macht. Das werde ich euch sagen. Was für ein paar Symbol kommen. Magic Dami. D limits hier zu sehen. Von dem simply. Man kann die Giga gewinnen. Wir haben noch einen ju World Food 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 Food. Tbabatische dakta, dem wird er. Distanci aufzulegen. Arme betrokken. Ganze 1977. Inwege aufzulegen. ZT senators. Oh, wieder Verlängerung am Medjugor. Verlängerungs-Ki. Oh, voll mit einem Bock, voll mit einem Bock. Ich weiß gar nicht, wo ich hier erst hin drücken soll, überall drin ist. Kommt gar nicht mehr mit. Ah, 30 Vögel. Also Puck hat jetzt gezahlt, diese 17,50 auf einen Euro nachher. Da sollen wir mehr erwarten, ne? Komm, warte mal mit. Oh, tang 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 auf die Ausbildung. Ah, Stress pur. Den Traum reinkommen. Den Hurensohn. Ah, 3 Euro, ein Mystery. 12, naja. Oh, jetzt. Probieren wir es. Ach, die Giger. Können kotzen. Das ist nicht das Problem, was sie so oft getroffen hat. Ja, Leute. Ich habe gerade wieder ein neues Gerät in mir drin. Wisst ihr, bei mir geht ja regelmäßig was. Und zwar einen Big Bang von Löwen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon vorgestellt habe in dem Video. Ich glaube schon. Ja, so ein ganz stinknormaler Geldspieler. Ist auch nicht so teuer bei mir. Oh, schon wieder raufgeballert. Ballerina. Oh, irgendwie kommt er hier. Das schauen wir noch. Und dann zocke ich ohne euch weiter. An der Süchte legen. Geil. Ach, Scheiße. Leg mich nochmal an. Baaah. Die Crisis. Alles bitte für eine Ausspielung wieder? Eure Ausspielung. Rechts. Jetzt, ihr wisst ja, das sind die Geldbeträge. Links die Sonderspiele. Ah, sieh nur noch drei Laden. Ich verdrück alles. Mensch. Da ist voll bildlich. Ganz nett. Oh. Neon habe ich Ausspielung. Vier Sonnen. Äh, vier Kronen sage ich immer. Sonnen. Kronen. Mein Belly sind es ja Kronen. Oh, auf die Multi darf ich drücken. Oh, das wären 50 Multi Leute. Mariii. Mariii. Ich habe auf dem Multi aber schon gekriegt. Wie wäre 50 Minuten gelassen? Trotz. Na Leute. Haut rein. Lasst mir auch ein Like da. Für mein Abgezocke hier. Und ja, wie immer. Ich mache noch ein nächstes Video. Zock einfach weiter. Viel Spaß beim Gucken. Da sind wir eh durch. Mit unseren Free Games. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Den ganzen Quasselquatsch. Zocken ist schon was Schönes. Ah, zimmer. Zocken. 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 Zocken.